Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, leider war das Shirt für ein Schlafshirt nicht lang genug. Aber Farbe und Druck haben mir dennoch gefallen. Also wurde es als T-Shirt getragen. Aber als Schlafshirt hätte ich es auch gern gehabt. Sehr netter Mädchen Schlafshirt, geehrt. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.